Hi! Herzlich Willkommen bei Terranigma. Ähm... Mikrofon? So. Wo waren wir? Ah ja, das Wetter, Pipi und so. Wir sind gerade wieder vor dem Schiff, das dort hinten abgestützt ist. Gerettet worden von dieser lieben kleinen Möbel, die gerade irgendwas aufliegt. Und wir müssen die Welt natürlich retten, also... ne? Was machen wir? Wir werden natürlich weg. Nein, nein! Ja, so. So schaut's aus. Ist gar nicht... Haben die jetzt mitgekriegt? Na Goldküste? Hi, hi du, ne? Hi, du. Die dann? Nein. Du guckst deinen... Robbs, hallo, Robb, Robb, ja, guckst du. Nein. Äh... Ja. Von der einen auf die andere Aufnahme bin ich nicht erkältet gekommen. Frag mich nicht wieso. Und ich rede ein bisschen leiser, weil... Also alle Leute in den Hausten schlafen. Und das ist... Etwas später. Und nicht... Das ist gar nicht, wo ich gerade hin muss. Ja, jetzt... Oh, ne? Sollen wir dem mal Hallo sagen? Diesen Menschensklaven, ne? Also den... Naja... Das ist jetzt schon... Fast 1 Uhr. Ich wollte unbedingt noch aufnehmen, weil wir morgen nicht zur Aufnahme kommen. Daher wollte ich unbedingt aufnehmen. Hi, na? Das geht. Ah, nein. Ich suche nichts mehr, also... Ist vorbei. Hm. Äh... Wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt der... Absturz gewesen? Wie heißt der Herzchenwald? Ich geh einfach mal gucken. Ich... Ich glaube ich geh mal nach... Ähm... Tibet oder so. Weil hier... Ist ja... Müsste... Müsste wirklich... Nichts mehr sein. Außer... Boah, aber da waren wir ja schon drin. Da war schon... Ist das gemacht. Und... Hast er nicht gesehen? Hm. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Na... Lass mich fliegen. Ich fliege mal nach Südamerika. Und dann gehen wir wieder per Schiff weiter. Denn... Eine Geschichte. Ja, das ist mein Stuhl jetzt. Obwohl der neu ist. Hab ich vorbeiratet. Und der hat sich neu gekoppelt. Ja... Wir können von Australien her... Das Gebiet hier... Schauen wir mal. Kommt da auch drauf an, in welche Richtung gucken wir denn von Boden fällt. Mh... Wollen wir mal gucken... Wollen wir mal gucken... Wollen wir mal gucken... Wollen wir als Tue oder wird nix sagen? Ja... Au! Ich bin gestern irgendwie eingepennt auf dem Stuhl hier... Also auf dem Computerstuhl und... Jetzt hab ich völlig Schmerzen unter Kiefern... Weil ich wahrscheinlich so eine Bespannung kommt. So... Einziger Anhaltsbestellender ist für mich das hier. Könnt ihr ja hier gesehen sein. Also fliegen wir gleich da... Also fahren wir gleich da. Aber wir fliegen können ja nicht dahin. Denn... Da ist ja keine Lande geworden. Und ich wollte noch nach Mayo... Diese Fragen. Und dann nach Perry. Gehen wir mal nach Perry. Der ist ja gleich in die Bercht hier. Falls Perry da ist. Falls... Er überlebt hat. Hat er überlebt? Bin ich glücklich? Hat er nicht überlebt? Bin ich glücklich? Bin ich glücklich? Who cares? Sie wollen im Kopf. Und jeder der sich seinen Kopf passt... Boah! Was passt denn? Was passt denn? Was ist der Perry hier? Sag mir das der Perry... Nein, Perry ist nicht hier. Wenn ich jetzt in Lasa kein Mayo finde... Was mache ich denn dann? Ich will doch wissen, ob es meinen Freunden gut geht. Hm. Ich fahre erst mit... Ich fahre erst mit... Fallseuer Geschwindigkeit... In diesem... Und so fahre ich erst mit Hyperspeed... Nach... Noa... Hm... Nach Loa... Also hier... Dann gehe ich einfach mal nach... Hier... Hyperspeed... Zurück... Nach... Lasa... Lass... Nach... Lass... 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 Der Schüttleringe Schütze ist zerbrochen. Nun hast du die Gabel... Schicksale zu bestimmen. Suche nach dem Mondstein und bringe sie zum Gabel... ...und... Moment... Der ist nicht up-to-date! Hm. Hm. All meine Freunde sind nicht da. Das heißt, wir gehen ein bisschen höher zurück. Und ich werde jetzt einfach nach... Völkert nach Südpol fahren oder nach Moabida. Da, dann haben wir Steine. Dann gehen wir runter, runter. Und hier Steine noch rumgehen. So. Ich hoffe, ich irre jetzt nicht rum. Oh, Nordwesten. Ganz ehrlich, das kriege ich nicht hier mit dem Ding. Da. Und dann noch nur ein großer, großer, großer. Da. So. So, das war ein kleiner Aufstecher. Ne, wir waren niemals Esswaldmeister, aber das hatte ich auch nicht geschafft. Ich hoffe, ich hab's sehen, das haben wir versucht. Ich weiß gar nicht mehr. So. 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 ' Leichtere Wege, also weg von Lois, leichter als hin zu Lois. Boah. In Al Arabien, wie kommen wir jetzt nach? Tigerstott, ne? Savanna. Und irgendwo hier... Ah ne, das hab ich jetzt nicht. Ach, komm. So. Oh. Ich hab kein Bock nochmal durch die Lois, also wir fliegen, wir fahren jetzt nach. Ähm, Amerika? Ja, hier. Ist er? Oh. Ich hätte gar nicht mit dem Schiff fahren müssen, äh, fliegen müssen. Äh, la, 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 innen. Hier. Ach, bitte nicht, doch. Ach, bitte nicht. So, ich hab Hunger. Äh, ja. Ja. Zweitig. Ja, danke. Zweitig, danke. Zweitig, danke. Ich hab meine Wort, dass das reicht. So. So. Zweitig. Ja, ich hab jetzt grad nachgegeben, aber... Nach 8 Minuten kann ich nicht die Aufnahme abbringen und überlegen, wo ich hingehe. Und das ist dann wohl, oder? So, sonst hätte ich das wollen. Erinnert ihr doch. Da drüben ist der Baum, wo ich gerade gucke. Und da, wo ich gerade gucke. Portal? Da? Of course. ... ... ... ... ...